In meinem einführenden Video zum Funken erodieren hatte ich ja versprochen, in kommenden Kapiteln mehr in die Details der Funktionsweise einzutauchen. Für dieses Video habe ich daher mein Mikroskop in Betrieb genommen, um das Bohren eines Loches in den gehärteten Stahl einer Rasierklinge in ganz groß zu zeigen. Als vorteilig für das Vorhaben hat sich erwiesen, dass die CNC, auf welcher meine Funken-Erodiermaschine basiert, per Open-Source-Software angesteuert wird. Ein paar zusätzliche Zeilen Code bewirken nun, dass der Tisch mit der Rasierklinge nach jedem übergesprungenen Funken nach vorne unter das Mikroskop fährt, dort gefilmt wird und anschließend wieder zurück unter den Bohrer fährt. Aus dem Video habe ich eine Bilderserie extrahiert, die den Prozess des Lochbohrens in Einzelschritten Funke für Funke und das in ganz groß zeigt. Die Metalloberfläche der Rasierklinge ist mit Riefen überzogen, die parallel zur Längsachse der Klinge verlaufen. Bereits der erste Funke hinterlässt einen deutlich sichtbaren Krater auf der Oberfläche der Rasierklinge. Der Durchmesser beträgt etwa 0,7mm. Es ist zu sehen, dass das Metall geschmolzen und dann wieder erstarrt ist. Der unregelmäßig geformte Rand des Kraters ist nicht scharfkantig, sondern von dem herausgeschleuderten, geschmolzenen Material abgerundet, das zudem deutlich über die Oberfläche hinausragt. Mit dem zweiten Funken wird der Krater nicht weiter vertieft, es ist zu sehen, dass weiteres geschmolzenes Metall zurück in den ersten Krater geflossen ist. Ferner ist zu sehen, dass der zweite Funke die Oberfläche nicht an der exakt selben Stelle getroffen hat, der Krater ist aus dem Foto nach rechts oben erweitert worden. Das ist ein Grundprinzip beim Funken erodieren. Wie bei einem Gewitter in der Erdatmosphäre schlägt auch der Funke dieses künstlichen Mini-Gewitters nur äußerst selten an der exakt gleichen Stelle erneut ein. Auf das Warum werde ich in dem Kapitel zur Plasmaentstehung näher eingehen. Der dritte Funke erzeugt wieder einen deutlich sichtbaren Krater... ...der durch den vierten Funken wieder ein wenig mit Material aufgefüllt wird, das Zufallsprinzip bleibt im Verlauf des Bohrvorganges erhalten. Mit dem achten Funken ist die 0,1mm dicke Rasierklinge durchschossen. Diese Öffnung wird mit den folgenden Schüssen erstmal nicht größer. Die Funken schlagen vom Rand des Loches entfernt ein. Erst der 13. Schuss führt zu einer deutlichen Vergrößerung des Durchbruchs. Die parallel verlaufenden Rillen auf der Oberfläche der Rasierklinge wandern unter dem Mikroskop von Bild zu Bild nahezu nicht. Der Tisch der CNC-Maschine wird offensichtlich sehr präzise zwischen Bohrer und Mikroskop hin und her bewegt, womit eine mangelhafte Positionierung als Ursache für die unterschiedlichen Blitzeinschläge ausgeschlossen werden kann. Funke für Funke wird die Öffnung vergrößert, wobei allerdings kein kreisrundes Loch entsteht. Der Rand der Öffnung ist sehr unregelmäßig geformt, Stellen mit dick aufgeschmolzenem Metall wechseln sich mit dünneren Bereichen ab. Das von den Funken aufgeschmolzene und herausgeschleuderte Metall sammelt sich rings um das entstehende Loch an. Für bessere Ergebnisse muss das aufgeschmolzene Metall möglichst schnell von dem Entstehungsort wegtransportiert werden. Üblicherweise wird das Werkstück beim Funken erodieren mit einer Flüssigkeit umspült, um genau das zu erreichen. Eine zweite Funktion dieser Flüssigkeit besteht darin, das Werkstück zu kühlen. Rings um das Loch und an dem wieder erstarrten Material ist eine deutliche Verfärbung des Metalls hin zu Blautönen zu erkennen, was auf übermäßige Hitzeentwicklung zurückzuführen ist. Ferner häufen sich rund um das Loch kleinste Partikel an, die aus Metall bestehen, das in der Umgebungsluft schnell oxidiert ist. Neben physikalischen Effekten wie dem Schmelzen oder Verdampfen von Material laufen an der sauerstoffreichen Umgebungsluft auch jede Menge chemischer Prozesse ab. Auffällig ist, dass die Funken unterschiedlich große Mengen an Metall aufschmelzen. Manchmal wird richtig viel Metall abgetragen... ...dann allerdings wieder nur sehr wenig und dabei auch an mehr als nur einer Stelle. Es kommt offensichtlich vor, dass sich mehr als nur ein einzelner Funke bildet und die Energie somit weniger konzentriert übertragen wird. Ich spreche daher lieber von einem Schuss pro Bild anstatt von einem Funken pro Bild. In folgenden Kapiteln werde ich genauer darauf eingehen, wie die Energieübertragung präziser gesteuert werden kann, um rundere Löcher zu bohren. Nach 99 Schüssen ist die Öffnung so breit, dass der 1mm Bohrer eintaucht, ohne dass weitere Funken überspringen, der Bohrvorgang ist abgeschlossen. Prinzipiell funktioniert der Versuchsaufbau und es ist ein Loch in die Rasierklinge aus gehärtetem Stahl gebohrt. Unter dem Mikroskop sieht diese Bohrung allerdings nicht gerade schön aus. Wird der Schaft des Bohrers eingeblendet, so ist zu erkennen, dass das Loch deutlich größer geworden ist, als der 1mm Bohrer vorgeht. Der Durchmesser beträgt etwa 1,4mm und ist alles andere als kreisrund. Ein Grund für den zu großen Durchmesser liegt wohl im nicht perfekten Rundlauf der Frässpindel und einer kleinen Ungenauigkeit in der Positionierung des Frästisches. Aber natürlich ist die Lücke, welche bei der anliegenden Spannung von 30V von den Funken übersprungen werden kann, entscheidend. Hinzu kommt, dass herausgerissene Metallpartikel kurzfristig eine leitende Brücke bilden können und die Funkenlücke somit noch weiter vergrößern. Nehmen wir den Rundlauf der Frässpindel als perfekt an, so beträgt diese Lücke etwa 0,2mm. Werfen wir noch einen Blick auf den verwendeten 1mm Bohrer, denn auch dieser besteht ja aus Stahl. Hier zu sehen ist der Ausgangszustand. Nach dem Bohren einiger Löcher in die Rasierklinge ist auch an der Bohrerspitze geschmolzenes und wieder erstarrtes Metall zu sehen, die Funken wirken eben in beide Richtungen. Verbindet sich Metall des Bohrers in flüssigem Zustand mit dem flüssigen Metall der Rasierklinge, so können beide Teile miteinander verschweißen. Die Frässpindel ist eingeschaltet, damit sich der Bohrer ausreichend schnell bewegt und so das Verschweißen verhindert. Für eine weitere Bohrung habe ich die Versuchsanordnung ein wenig modifiziert, um direkt Einzelbilder anstelle eines Videostreams zu erhalten. Die Fernbedienung für das Mikroskop wird von der CNC-Maschine über einen angeklebten Filzstift durch eine Bewegung längs der X-Achse ausgelöst. Zu dem Mikroskop habe ich ein Video auf meinem zweiten Projekt, How Open Is This Gadget, veröffentlicht. Für das Bohren dieses Loches sind mehr als 7600 Schüsse vonnöten gewesen, die über einen Zeitraum von 36 Stunden aufgenommen worden sind. Es wird ein Loch in eine ebenfalls ausgehärtetem Stahl gefertigte Messerklinge mit einer Materialstärke von etwa 0,5mm gebohrt, diese Klinge ist also fünfmal dicke. Recht schnell sammelt sich herausgeschleudertes Material rings um die Bohrstelle an. Wie bereits gesagt, zeigt die dunkle Färbung, dass das Metall an der Luft oxidiert ist. Dieser sehr feine Staub enthält zudem Begleitstoffe, denn Stahl besteht nicht nur aus Eisen. Ebenfalls bereits gesagt laufen beim Funkenerodieren an Luft sehr viele chemische und physikalische Prozesse ab. Das Ergebnis ist der grau-braune Belag, der sich auf der Oberfläche absetzt. Zu sehen ist, dass sich im Verlauf des Bohrvorganges ein Riss im Zentrum des entstehenden Lochs bildet. Durch das beständige Aufschmelzen und Wiederabkühlen bilden sich starke Spannungen in dem Material, die den Stahl reißen lassen. Das zum Durchbohren wesentlich mehr als nur 500 Schüsse, also dem Fünffachen der Rasierklinge mit einem Fünftel der Materialstärke nötig sind, liegt zum einen daran, dass das dickere Material mehr Hitze abtransportieren kann. Daher wird pro Schuss weniger Metall geschmolzen. Wird das Loch tiefer, können die Metallpartikel außerdem nicht mehr so effektiv weggeschleudert werden. Ein großer Teil des Materials bleibt im Bohrloch hängen und erstarrt dort erneut. In späteren Videos wird zu sehen sein, wie das Spülen mit einer Flüssigkeit den Erodiervorgang verbessert, indem das abgeschmolzene Material effektiver abtransportiert wird. Der zwischenzeitlich geschaffene Durchbruch im Zentrum wächst beständig. Es entstehen weitere Spannungsrisse rund um die Öffnung. Die Funken schlagen bevorzugt an den glänzenden Metalloberflächen ein, die Flecken, an denen sich Staub abgelagert hat, sind meist weiter von dem Bohrer entfernt. Der Staub unterbindet aber auch das Einschlagen der Blitze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach 7617 Schüssen ist die Bohrung abgeschlossen. Untertitelung des ZDF, 2020 Weitere Infos zur Funken-Rodier-Maschine gibt's auf den Seiten von HomoFaziens, klickt mal rein. Und wer mir für die Entwicklung dieser und weiterer Open-Source-Maschinen eine finanzielle Motivationsspritze zukommen lassen möchte, auf der Projektseite gibt's auch eine Spenden-Schaltfläche. Vielen Dank für jeden Obolus, den so einige großartige Menschen bereits in mich und meine Projekte investiert haben. In diesem Sinne, danke fürs Angugel und bis bald! Grazie, interpcm! Außerich, untertitelung des ZDF, 2020 Von Fonds auch in bedenbauten Kim Element mit des ZDF, 2020 Agreue,�도 drinnenCUA,